hallo alle zusammen die neue saison ist da wir sind in irland sind angekommen alles aufgebaut waren gerade beim ersten fahrer besprechung des jahres das erste training geht gerade los wir sind gruppe b haben also jetzt noch zwei stunden zeit die jungs haben gerade noch im differenzial die gänge noch mal gewechselt weil ich gestern noch mal woanders war ganz egal ich bin ja schon länger hier und ich würde sagen ich hatte immer mal die kamera mit so gut es ging weil ich war sehr aufgeregt gestern war das wetter scheiße wo ich noch mal gefahren bin aber ich habe ein bisschen was gefilmt und das seht ihr erst mal jetzt los geht's so erster applikatorischer zwischenstopp wie immer viel zu schwer hallo alle zusammen neues video neue saison trifft masters 2023 es ging offiziell los ich bin unterwegs nach therburg zur fähre nach Irland ihr seht's gespannt macht gerade den ersten kleinen zwischenstopp nach 150 km musste mal pinkeln wer jetzt auch nicht mehr super weit kommt dann werde ich das erste mal tanken müssen ich bin alleine unterwegs es ist feiertag montag 1. mai wir fahren nach irland auf dem plan steht dienstag 15 uhr fähre mittwoch sechs uhr in der früh in irland dann geht es direkt zu track day performance zum hobby den neuen motor abstimmen dann hoffentlich geht da alles klar ich bin sowas von nervös der motor hat noch nie wirklich last gesehen der erste ölwechsel ganz schön dreckig und ja wie das halt immer so ist wenn man nicht weiß was auf einen zukommt ich bin super nervös was das angeht und dann kriegt man hoffentlich irgendwie gebacken dass wir entweder mittwoch nachmittag späten oder am donnerstag irgendwo das auto noch mal ganz kurz fahren können wir ja doch einiges neu ist gerade am motor wird sich sicherlich anders fahren lassen und dann geht es donnerstag auch noch nach montello park alles aufbauen wenn alles soweit klappt ihr seht es neues design für dieses jahr und gedanke dahinter ist es musste wieder auffälliger sein es war letztes jahr cool aber wesentlich zu dezent das denke ich haben wir ganz gut hingekriegt da kommt jetzt in der stunde also heute abend um 8 am ersten noch das enthüllungsvideo aber wenn das video kommt habt ihr das schon gesehen wir sind wie immer gnadenlos überladen vorsicht selber den alten motor mit werkzeugkiste pavions reifen reifen ja wie immer alles am start und ich würde sagen versuch die kamera so oft es geht auszupacken um euch am trip und am abenteuer teilnehmen zu lassen und ich würde sagen die sonne herrlich endlich wird langsam frühling oder sommer und ich würde sagen wir fahren weiter tanken dass man heute vielleicht wenigstens so auf gesamt acht neunhundert kilometer kommen dass ich morgen die restlichen drei vier hundert kilometer noch fahren kann bis zur fähre schauen wir mal wie es läuft los geht's 460 kilometer geschafft noch also grafters aus sind irgendwo in frankreich noch 400 kilometer rest das heißt wir haben 840 sparen 40 geschafft max ist müde wird sich jetzt hier hinten ins bett legen paar stunden pennen und dann liege ich eigentlich ganz gut in der zeit muss morgen bis 14 uhr in scherburg am hafen sein 400 kilometer rest heißt denke ich plan so 56 stunden einmal tanken noch so erst bis um sieben oder so früh pennen und dann geht es weiter also gut nach morgen es ist halb acht wir sind wieder unterwegs auch ganz okay geschlafen konnte stück nicht einschlafen aber dagegen wollte auch eher weiterfahren aber dann war es doch schön damit wir haben jetzt noch 380 kilometer und dafür haben wir genug zeit zu sagen wir sehen uns in scherburg am hafen wir sind da 8 kilometer hier ist das meer da vorne der hafen geschafft oder was es waren jetzt 1240 kilometer gestern halb 3 losgefahren jetzt ist es gleich um 1 15 uhr geht die fähre ich würde sagen passt die rechte stufen sehen uns gleich stehen an der schlange zu den brittany ferries haben jetzt noch knapp zwei stunden ich hoffe ich stehe in der richtigen linie aber ich glaube schon vorne steht es schuld und dann geht es irgendwann irgendwie aufs boot und dann geht es ab nach irland 15 uhr soll das schiff ablegen und früh um 6 ankommen weil es selber rechnen wie lang kann ich mal länger schlafen also sehen wir uns beim aufs boot fahren check-in hat geklappt wir müssen richtung p6 aufs boot geht's sind wir in der fähre freunde so sieht das hier aus frisch gewischt fahren alles wieder dreck jetzt nehmen wir uns noch ein paar sachen aus dem auto handtuch durch zeug eine frische schlüpfer und dann sehen wir uns morgen früh um 6 in irland und morgen alle zusammen fast 16 stunden gepennt ne quatsch war doch essen und duschen und ja ich würde sagen es geht los wir fahren raus aus der garage und was macht das wetter in irland ich war noch gar nicht an deck habe wirklich bis in die letzte sekunde gepennt das ist der hafen hier wo sie in tim und mich letztes jahr nicht mit aufs boot gelassen haben ja für früh um sechs geht doch das wetter halbwegs würde ich behaupten so jetzt suchen wir uns ja erstmal kurz ein kleines parkplätzchen und dann geht es auf zu track day performance jetzt geht der spannende teil los ich bin sowas von aufgeregt ja schauen wir mal ich denke wir haben jetzt noch so anderthalb stunde fahrt vor uns wir sind in der nähe von dublin wir sind jetzt in rosler und ja ich denke jetzt müssen wir hier erstmal noch durch eine kontrolle und dann geht es ab schöne hat man wieder ein wenig länger geschlafen wir sind an unserem ersten stopp angekommen das auto wird gerade auf den prüfstand geschnallt ich stotter schon weil ich so aufgeregt bin ich hoffe es hält alles super nervös nach dem ersten ölwechsel aber es muss ja auch mal was klappen wir sind bei track day performance wie ihr seht vielleicht bekannt von den redpool driftbarters wir haben letztes jahr schon remote das auto abgestimmt jetzt rollen prüfstand nicht rollen prüfstand sondern das erste mal direkt an der nabe dran ich bin mega gespannt ich bin aufgeregt ich versuche so viel wie möglich festzuhalten wir bereiten wir noch davor machen die ersten testläufe und dann geht es scharf hoffe ich kleines update vom abstimmen sieht schlimmer aus als es ist wir haben schon ein paar läufe gemacht um alle lastbereiche abzufahren so wie wir das letztes jahr auch in tschechien gemacht haben bisher alles soweit gut wir hatten nur etwas zu viel druck da wir jetzt das erste mal eine gte ölpumpe fahren am ge und keine kolbenboden kühlung haben hatten wir bei 4.500 drehungen über 9 bar da hat uns das vvdi machen gemacht aber bisher sonst alles ok ich habe jetzt noch mal alles zerlegt vorne und hier unter dieser schraube ist ja eine feder die einen kolben belastet der im prinzip den druck bestimmt und die haben wir jetzt einfach gekürzt um weniger druck zu bekommen jetzt brauche ich alles wieder zusammen und dann geht es hoffentlich ohne probleme weiter also das ist mir zu viel ich müsste mal was essen weiter geht es los so das war es mit prüfstand es ging alles gut mein herz kommt langsam wieder ein bisschen runter wir haben jetzt noch die adapter im prinzip abschrauben so spannt man das auto hier auf habe euch zwischendrin maximalleistung gezeigt bei 1,8 bar wir sind jetzt noch mal ein bisschen runter gegangen auf 1,6 das heißt 1054 newton und 916 ps am motor super happy damit hätte ich nie damit gerechnet hätte gedacht der turbo ist schon vorher am ende ich muss sagen ich habe auch gar nicht nach so viel gefragt aber ja hätte nie gedacht dass ein bisschen höhere kompressionen nockenwellen den unterschied machen drehen jetzt auch bis 8000 umdrehungen antilek geht ich denke sind ein paar fette flammen dabei ich glaube ich gehe heute um 7 ins bett jetzt schaffe ich nicht muss noch zu so schön eins fahren aber ich glaube der puls war den ganzen tag nicht unter 180 ist immer für mich sehr nervend aufreiten wenn der neue motor das erste mal last zieht und ja ihr kennt es vielleicht selber einfach verrückt ja ich habe zwischendurch noch einen check geschrieben also es geht klar dass wir morgen noch mal in wardergras hill ein paar runden drehen können nachmittag und treib ein bisschen später aber besser wie gar nicht das heißt wir fahren jetzt noch nach korg also gute drei stunden fahrt noch mal viele werden mich für verrückt halten wie viel ich da sinnlos hin und her war um dann wieder in die wehe von hier her zurückzufahren nach mandello aber ich saß seit polen nicht mehr an dem auto und ich denke es kann nicht schaden mal zwei drei satz reifen morgen noch runter zu fahren und ja also wir machen jetzt hier alles losladen auf und dann geht es weiter krasser tag super happy wirklich super super happy ja jetzt noch bezahlen und dann geht es ab aufladen gucken wie man aus der engen ausfahrt herauskommt aber ja wird und ja los geht's da ist ein team halt zu fährt hier in der land da ist es hier gerade schon wieder breit so nächster road trip auf geht's erstes mal zu shenna hans morgen testen dann zur strecke ganz schöner trip bis jetzt in der wundervolle Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ihr im Hintergrund hört, Gruppe A ist gerade schon mit Training beschäftigt, wir sind in 10 Minuten dran, alles angezogen, Auto ist bereit, dann schauen wir mal wie der neue Motor am Trocknen geht und das Auto versuchen wir uns mal an die Linie heranzutasten und dann schauen wir mal, wir haben jetzt 2 Stunden Zeit und sagen, los geht's. Musik 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tag eins ist, in Büchern würde ich behaupten, wir hatten zwei Stunden Training, haben gute fünf Läufer reingebracht. Der erste war so ein bisschen wieder auf die Max-Art und Weise gefahren. Also direkt mal schön durch die erste Kurve außen gepflügt. Aber ja, dann ging es ganz okay. Also ich denke, Gliedlein passt schon ganz gut. Haben wir jetzt einen Scheiß noch gemacht mit Juha Rindhahn. Haben wir auch ein paar Onboard-Videos gemacht. Ich hoffe, ich glaube, den letzten hat es nicht gefällt. Ja, Auto läuft soweit. Zwei, drei kleine Probleme noch am Motor. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Wir lesen jetzt die ganzen Logs aus und schicken sie dem Robby, dass er drüber checken kann. Ansonsten auf jeden Fall krass, wie viel Leistung das Ding jetzt hat. Eigentlich für die Vestlake reifend zu viel. Also es ist echt, huf, dreht super schnell hoch. Übersetzung passt. Ja, mit den Vestlakes, wir sind vielleicht gerade nicht das schnellste Auto auf der Strecke. Aber es lässt sich super easy fahren. Und ja, wir treffen so gut wie jede Zone vielleicht aus der Vier. den Rest noch ein bisschen eher hinkriegen, um schön tief in jede Zone reinzukommen. Und dann sollte das Ding passen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit Tag 1. Und ja, wir machen uns jetzt über die normalen Dinge, die man nachts so macht. Also nochmal übers Auto gehen, alles checken. Und dann fit für morgen sein. Also, bis morgen. Und dann bis morgen. Vielen Dank für's Zuschauen.